So Max, bist du fertig? Heute ist dein großer Tag. Was denn für ein großer Tag? Habe ich irgendwas verpasst? Herr Odensaft hat mich freundlicherweise eingeladen, deinen Unterricht zu besuchen. Oha, äh, heute ist Mathe dran. Kannst du nicht lieber morgen mitkommen? Los, anziehen jetzt. Ich diskutiere nicht. Liebe Schüler, heute ist die Mutter von Max da und wird uns mal etwas über die Schulter schauen. Hallo. Max, komm bitte nach vorne. Löse die Aufgabe. Die Anker täte der Wurzel von 230.000 durch das X-Chromosom des Umfangs Y mal das Volumen der Variable 19 aus Alpha. Okay, wir haben die Wurzel 9001 mal den Umfang ist gleich Y. Das ergibt, es ist 9000,7 hoch 2. Stimmt das so? Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass... Was machen Sie denn da? Ist ja wohl offensichtlich, dass er geschummelt hat. Ihr Sohn ist talentiert. Das war alles korrekt. Und Sie haben ihm geholfen.